Das ist es. Die. Die ist es. Für dich. Fühlst du das? Eher nicht. Das ist Fick, ne? Kann man doch sagen. Also ich fühl das an dir. Du, halt mal ran. Halt das mal so an dir ran. Also ich find's geil. Diese Unterhose war der Hit. Den können wir uns schon mal angucken. Schatz, filmst du? 875. Darf man es anfassen? Ich glaub schon. Geh ich von aus. Hier sitzt man auf jeden Fall. Ist mal komfortabel. Und hier so ein Dach. Das Dach ist ganz cool, ne? Das ist schon mal ganz geil. Dass man es vorne aufmachen kann, ist ganz witzig. Mit so Fliegen geht dann gleich hier. Zumindest das hier. In der Mitte. Du sitzt die halt so ein bisschen königlich. Also Drehsitze sind ganz gut, ne? Fernseher ist halt auch drin. Fernseher ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ne, ich auch nicht. Wozu brauche ich einen Fernseher, wenn ich in Urlaub fahre? Auch noch in die Natur. Du hast ja halt eh keinen Empfang. Seitdem du hast ja seine Liefenschüssel oben drauf. Ja, du kannst ja auch Filme angucken oder so. Aber wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich Sachen sehen. Auch. Und dann setze ich mich nicht hin, sondern ich koche Fernsehen. Guck mal, ein Schventin-Teil. Auch. Ja. Kann man stehen? Du? Wir gehen mal nach hinten durch. Also stehen kann man hier. Also ich zumindest. Ich glaube, du würdest schon wieder fast an die Decke kommen. Hier kannst du kochen. Ja, ich komme fast an die Decke. Wie? Da hinten ist das Bett. Da ist das Bett. Also schön. Sehr groß. Hier hast du so kleine Steckdosen. Hier hast du... Ah ja. Ah, guck mal, hier hast du so einen Knopf, damit das nicht einfach so aufgeht. Und dann machst du es auf und dann hast du da auch echt viel Platz. Das machst du hier alles auf. Dann hast du das hier. Kannst du mal so rausbiegen. Aber ist auch so, bei uns, unser Hahn, den wir herangebaut haben, der ist ja schon ein bisschen gagelig. Das ist ja so ein Plastikding. Und das ist auch so ein Plastikding. Auch Plastikhahn. Also das ist jetzt nicht hier irgendwie... Das ist auch Plastikhahn, ne? Ja. Das ist jetzt nicht ein richtig hochwertiges Ding. Auch das ist meiner Meinung nach nicht das aller hochwertigste. Ja, das ist halt Edelstahl, aber das musstest du ja auch fast schon. Und hier ist so ein Korrer halt. Ist das Glas? Ja. Machst du zu und dann... Und hier ist halt eine Toilette. Weil das ist halt etwas, was wir tatsächlich ja in unserem Anhänger gar nicht haben. Ne, dafür ist auch wirklich nicht der Platz. Aber hier ist keine Dusche, oder? Doch, doch. Hier ist ein Duschbaum. Weiß nicht, ob du das nicht... Jaja, das benutzt du, glaub ich, als Dusche. Dann machst du das hier so zu und dann duschst du... Ja, genau. Guck mal, hier ist ein Abfluss. Da unten. Stimmt. Oh Gott, das ist auch richtig Plastik, ne? Ja, das ist die Duschbrause. Ja, aber das ist richtig Plastik. Also... Man bedenke halt, dass hier 80K steht. Für Geld möchte ich eigentlich nicht, dass es Plastik ist. Hier so ein kleines Fenster, das finde ich echt ganz schön. Ich will nichts kaputt machen. Also, weiß ich nicht. Man muss, glaub ich, nur biegen. Aber... Was ist das hier? Ging jetzt nicht sofort. Eine Panele. Abmachen soll man das nicht. Ja, das ist die Dusche, das ist das Klo. Also, an sich vom Platz ganz cool genutzt. Das ist alles Plastik, das gefällt mir nicht. Für die Preise. Ja, das ist eigentlich 590 oder 6 Liter. Das sind die Meter mehr als Schlüssel. Okay. Da geht es hier irgendwie um die 5000. Und du zahlst halt eigentlich normalerweise 80.000 oder so ein Ding. Guck mal, da ist foliert. Folierung, Saft und TV. Ja, klar. Das hier. Achso, DIE Folierung. Das merkst du sogar richtig. Guck mal. Ja, ja klar. Das ist halt drauf. Das ist richtig so ein Aufkleber. Und hier ist der nächste Aufkleber. Selbst das Grün. Sonst ist er halt weiß. Der ist hübsch und so weiter, aber... Ja, hier waren wir von hinten an auch hübsch drin. Den mache ich ganz gerne, muss ich sagen. Hier kann ich zumindest... Also ich finde dieses Bett hier ganz cool. Hier hast du auch noch so eine Klappe. Das sind eigentlich die gleichen Fächer wie beim anderen eben, ne? Ja, genau. Aber halt rundherum ist ganz gut. Hier ist so ein richtig großer Kühlschrank. Was ist du hier? Du drückst auch auf diese Knöpfe halt drauf. Ah, und dann kommt hier so ein kleiner Knopf raus. Du machst das auf. So reingucken. Dann hast du mal den Küchenschrank. Dann machst du wieder zu. Und hier ist eine Schublade. Ach guck mal, hier hast du auch Abstellhähne. Jonas, Abstellhähne. Ah ja. Kühlschrank. Kocher. Und was ist das? Heizung? Ja. Da hast du wahrscheinlich also. Hier sind auch noch so Steckdosen einfach. Die sind so klein irgendwie, ne? Unsere, die wir eingebaut haben, sind einfach so normal, wo es so wie in dem Haus hat. Ja, die sind. Kleine. Das ist auch Plastik. Hier ist so ein Brett drauf. Fühlt sich nicht mal gut an. Wenn ich das auch Plastik mache. Ja. Hier so eine Edelstahlwelle. Ja. Das muss man hier hoch, dann kannst du hier kochen. Ja, hier hatten wir vorhin auch mal kurz reingeguckt. Das ist aber ein Schrank. Wie so eine Technik dahinter. Sieht aus wie so ein Schaltkasten, ne? Da kannst du mehr zu sagen. Wow. Das ist ja nicht so cool gelöst, dass man es so sieht hier einfach, ne? Karawan-Lade-System. Na gut, aber du musst da ja auch irgendwie mal rankommen können. Ja, klar. Also dadurch, dass du das halt hier hoch machen kannst, ist es halt super, ähm. Ah, guck mal, da kriegst du noch mehr Licht. Super hoch. Du kannst hier richtig easy stehen. Das ist cool. Aber wie du schon gesagt hast, das hier ist anfällig. Wir haben uns mal so einen alten VW-Bus angeguckt von einem Kollegen. Der war sehr cool, aber da war gerade das hier alles kaputt. Da hätte man halt irgendwie teuer dann investieren müssen und reparieren müssen. Das ist natürlich ganz cool. Ja, das ist halt so ein schönes Fliegengereck. Da kriegst du halt mehr Luft, ne? Und da hinten auch noch. Vorne auch noch. Cool. Hier ist auch wieder ein Badezimmer. Hier duschst du aber nicht, würde ich sagen. Oder? Du hast hier ein kleines Waschbecken, dafür hast du einen Plastikhahn. Hier kannst du was hinhängen, eine Toilette. Du bist gerade so heim. Aber duschen kannst du noch nicht. Achso, guck mal. Das hier ist auch so hochgezogen. Das fährt hier runter. Na ja. Das fährt hier in den Schienen runter. Und dann fährst du es hier hoch und du klemmst es hier fest. Weil jetzt haben wir ja dieses Dach aufgestellt. Und wenn wir das Dach wieder einklappen, um weiter zu fahren, muss ja dieser Spiegel wieder runter. Und dann macht man einfach diesen Klapp auf, fährt es wieder runter und dann ist der Spiegel von hier bis hier unten. Und dann kannst du halt fahren. Ja und da setz ich mal hin. Ist das für dich auch mit deiner Größe okay? Ja. Kann man auch versetzen. Was ist das hier? Ach guck mal. Ist das das Ding? Ja. Kann ich sagen. Was kostet das? 70.000. Na ja guck mal hier ist so eine Filztasche. Ja. Also hier kann man auf jeden Fall ganz entspannt sitzen. Hast du wieder? Ja. Unser Camper hat auch irgendwie so eine Struktur, ne? Wie das hier. Ja. Ist auch so ein bisschen Kühlschrankstruktur, finde ich. Ja unser Camper hat auch irgendwie sowas. Das haben wir ja blau angemalt jetzt. Was ist das für ein Saal? Das ist ja aber nicht zum Schlafen, oder? Das ist glaube ich hinter der Klappe da. Dahinter muss das sein. Ja, siehst du? Zieh, zieh, zieh. Ah, ha, ha. Aber der Fuß muss runter, oder? Obwohl, ne? Ja, vielleicht. Ja. Also hier drauf stehst du. Kann schon weglegen. Ich find's irgendwie ist das so ein leerer Tanzsaal hier. Ja. Aber du hast ein Dachfenster, das ist geil. Dachfenster finde ich immer gut. Aber wenn du dann halt campst, dann klappst du das halt nicht jeden Tag hoch, weil du hast ja noch Bettwäsche und so weiter drauf. Ja. Also da kannst du das eigentlich auch eher weg. Ja. Je nachdem wie aufgeräumt du bist, wir sind eher so Typ, ich lass alles irgendwie liegen. Ja, aber was heißt aufgeräumt? Du Bettwäsche hast du ja immer. Kannst ja auch nicht. Wie geht's weg? Ja, also kannst du ja auch in die Kisten hier zum Beispiel packen. Jeden Tag, wenn du fertig bist mit Schlafen, klappst du deine Decke ordentlich zusammen und legst sie hier rein. Machen wir halt nicht. Also sind wir halt einfach nicht so die Typenführer. Aber ja. Und wenn du dann halt hier das Bett zusammengeklappt hast und du möchtest halt am Tisch sitzen, dann machst du so und setze dich halt mit deinen Leuten an den Tisch. Also hier ist halt richtig viel Platz. In dem anderen war ja halt eben wirklich nur für uns beide Platz. Hier kannst du halt irgendwie. Kannst du auch mit vier Leuten locker sitzen. Im schlimmsten Fall kannst du sogar drei Leute zu dritt hier. Kannst dich zu dritt hier hin quetschen und dein Essen essen. Das stimmt, ja. Also was mich halt tatsächlich. Was mich in solchen Dingen, das ist aber auch, also ich glaube im Moment geht es eher in die Richtung, dass es in ist, dass es clean ist. Also so relativ weiß, sauber, offen, hell. Diese Cremefarben sind in, ich mag so Cremefarben auch, aber ich mag es halt gemütlich. Ich habe viel Holz, ich habe viel Klempen und das ist mir hier zu clean. Obwohl du kannst ja hier auch was einbringen. So ist es nicht. Am Ende würde ich es nehmen, aber es ist halt teuer. Was kostet das hier? Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt. Kücher ist hier auch, ja da vorne. Noch mal Bad essen machen. Ja, Badezimmer. Auch keine Dusche, würde ich sagen. Ah doch. Offensichtlich, ja. Ah, aber auch Pastik. Das ist immer Pastik, ne? Aus Gewicht, ne? Oder? Was machen? Weiß ich nicht. Na, auch Fenster? Ich spiele, wiegele, auch ein Fenster. Das ist auch gleichzeitig der Wasserhahn. In Plastik. Ah ja, hier ist auch der Duschbord. Ich bin so um mich rum. Ja. Wicken. Dann habe ich auch ein Fenster nach oben. Das ist ganz cool, weil dann entlüftet sich das Water. Oder? Definitiv. Wie siehst du das? Wie soll man denn auf diesem Klo eigentlich sitzen? Kann man das drehen? Oder wie läuft das? Naja, ne. Achso, vielleicht. Ein drehbares Klo. Und jetzt ist das los. Ist das noch neu oder hat das schon jemand? Guck rein. Sieht noch neu aus. Hoffentlich. Ist nicht so wie dieses Kampon-Potti, was ich da... Ja, drehbar, witzig. Dieses Holzding kannst du da auch rausnehmen. Ja. Ich glaube, dann ist es mehr Dusche, wenn du das Holzding rausnimmst. Nimmst das drauf und dann dusch dich. Wahrscheinlich nicht. Hier ist auch immer so ein Schrank. Auf Stellflächen. Hier Kühlschrank, ne? Aber auch riesig, ey. Teilweise haben Leute zu Hause keinen kleineren Kühlschrank. Also einen kleineren Kühlschrank. Naja. Ja, aber so viel im Urlaub, braucht man das? Genau. Aber es sind die Männer auch nur 10 Rad lang. Guck mal, siehst du auch ein bisschen Technik? Was ist das hier unten? Kühlschrank, der geht mal... Ach nee, der war ja schon. Der ist noch. Heizung? Der ist schon wieder. Oh, das ist jetzt. Guck mal, auch irgendeine Technik gesteckt. Schrank einfach zum Wegpacken. Ja, der ist noch hier. Okay. Riesiges Fach. Ich glaube, das ist für mehr Menschen gedacht. Guck mal, wie viel Bestecken du hier hast. Das ist für mindestens vier Menschen und längeren Zeitraum quasi auch. Hier können ja auch auf diesem Bett mindestens vier nebeneinander liegen. Dann schläfst du halt mit deinen Kindern halt nebeneinander. Das ist doch bei Familien so. Das kann natürlich sein. Das ist bestimmt für Familien gedacht. Dann hast du halt hier nochmal die Küche. Kannst du zu viert da mit deinen Kids setzen. Hier kannst du dort, ich weiß nicht, was du hier draufpacken kannst. Ich meine, meinen Koffer würde ich da jetzt ja nicht hinpacken und dann losfahren und dann fliegt er hier durch die Gegend. Das macht man ehrlich so. Es sei denn, du hast hier irgendwie so Gurte, womit du ihn falsch schneiden kannst, aber das ist nicht der Fall. Nein. Ist sogar ein Feuerwehr da drin. Das ist natürlich richtig deutsch. Hier kannst du aber auch, wenn du willst, zu viert sitzen. Eher so ein Zweierbett, aber mit deinem Kind kannst du, glaube ich, auch gut hier nochmal irgendwie nächten. Ja, eher so ein Zweierbett. Hier sind es ganz normale Öffnungen. Also nicht diese Drückegriffe, aber hier ist es auch so ein Drückegriff. Das kannst du, guck mal, das kannst du, glaube ich, auch rumklappen. Ja, kannst du auch rumklappen hier, den ganzen Tisch. Hier, ja. Auch so ein Schrank, einfach die gleiche Technik, die da drin ist. Ja, genau. Dachfenster, klein, aber fein. Toilette. Selbst wichtig. Ist hier eine Dusche oder nicht? Keine Dusche. Du bist immer am Wasser, wenn du rausziehen kannst. Ja, ne. Hier ist keine Dusche. Auch Plastik. Kleine Toilette. Dafür ist die Dusche, also Dusche, Dusche gibt es hier ja gar nicht, aber dafür finde ich diesen Toiletten, diesen Toilettenraum an sich relativ groß. Ja. Also, weil du hast hier ja noch so eine ganze Ecke. So viel braucht man eigentlich gar nicht und das Waschbecken ist auch verhältnismäßig groß. Ja, alles was man braucht. Küche. Vier, bitte. Vier? Steht da unten. Wahrscheinlich ist das noch eins, kannst du hier hinlegen. Ja, stimmt. Ja, bestimmt kannst du den Tisch nochmal runterklappen. Ja. Okay. Alles klar. Warte mit. Also die, genau die ist bei uns im Camper. Das stimmt, ja. Ich mag die sehr gerne. Richtig gut. Ich bin ja so, ich lasse mich ja leicht begeistern. Das sieht aus wie ein Camper. Gefällt mir. Ja. Es ist wieder was sie. Das ist halt das, was die meinten dann. Okay, wo ist mit so einem Auffälldach? Ja. Da kannst du die einen Sitze nach hinten machen. Hier hast du so ein Auffälldach. Hier hast du auch normale Sitze. Hier ist eine Küche. Das Bett darf man wirklich irgendwie aufbauen. Ja. Das Bett ist auch oben. Oben, ja. Ja, aber hier einfach. Also jetzt nicht so super hoch. Nicht so hoch wie bei uns. Das ist das Bett da. Ah, du liegst das runter. Du hast dann hier und oben eins. Ja, alles klar. Du kannst auf zwei Ebenen quasi so was schlafen. Ja. Ja, alles klar. 70.990. Okay, ich komm mal vorbei und dann klicken wir mal hier. Das ist gleiche. Ja, richtig. Ja, das ist richtig. Du hast das Ding dann. Du fährst halt einfach nicht jedes Wochenende damit los. Das ist halt safe. Ja, aber manche ja vielleicht schon. Im Alter. Ja, genau. Du bist halt 60. Oder wenn du halt viel Geld hast. Ja, sowas finde ich aber auch so ein bisschen. Der sieht ein bisschen schicker aus allein schon. Von außen und so. Ach ja, so ein 75. Mit so einem Euro-Ding. Das ist ziemlich ähnlich hier. So ein Bett. Ja, aber. 37.000 Euro, so heißt das so ein Ding. Aber. Ich glaub der Traum vieler Leute. So ein bisschen. Der ist halt, der kostet halt 40 weniger als wo wir eben waren. Ist natürlich deutlich kleiner. Aber irgendwie. Auch ausreichend. Ja. So ein Bulli. Guck mal das Waschbecken an, was da drin ist. Ich find das hier, das ist so gewollt. Aber es sieht so aus. Nee, 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 nee. Das ist so gewollt. Aber sieht aus, als wäre es kaputt. Genau. Es ist so Silber. Das ist das Waschbecken. Und das da hinten. Ach, das da hinten. Ja. Guck mal, der ist bewegen. Hier vorne ist so ein bisschen Silber. Ja, klar. Und hier ist halt auch so ein Silberwaschbecken. Das ist halt so ein bisschen edel. Edel, edel. Ist ja auch ein bisschen Leder. Der in Plastikwasser? Ja, das prüfen wir. Nein. Aber im Bad. Im Bad gar nicht. Klingt nicht so. Ich glaube nicht. Ich glaube kein Plastik. Ist das heiß. Es heizt sich richtig heftig auch hier. Guck mal hier so ein Dinger. Ich mag ja diese. Wie nennt sich denn das? Dieses Blech da? Wel Blech? Ne. Höfelblech. Höfelblech. Ich mag Höfelblech. Bei unserem Anhänger wollte ich eigentlich auch so Höfelblech. Wie nennt's das? Radkappen. Kotschlügel. Kotschlügel. Ja. Aber. Die fahren irgendwie zehnmal so teuer wie normale Kotflügel. Genau. Paul Nepp machen jetzt. Bis sie dich finden erstmal nichts. Kann natürlich sein, dass sie mit dir wegfahren und du tauchst irgendwann irgendwo anders auf. Dann wird's halt unangenehm. Oder sonst. Guck mal hier. Ist auch ne Toilette dahinter. Wie witzig das aussieht. Witzig. So. Kleines Toilettchen. Ist das? Guck mal das ist auch. Kein Plastik. Du fass mich. Witzig. Voll witzig. Was für den Aufbau hier. Gut. Hier guckst du mir noch. Steht so ein Motorrad in deinem kleinen Lohnzimmer. Du kannst Motorrad da drin stehen. Und du sitzt da so links und rechts. Ja. Das steht da wohl eher davor. Okay. Okay. Auf geht's? Ich würde sagen. Meine Füße tun wäre weh. Wir haben ein paar nette Leute gesprochen. Wir haben alles gesehen. Eindrücke gewonnen. War nichts dabei. Ja was heißt es war nichts dabei. Also wir haben Käse gekauft. Wir haben Wein gekauft. Obwohl wir auf einer Caravan Messe sind. Wir haben so ganz cool Fußbodenplatten gefunden. Und wir haben nette Leute gesprochen. Und wir haben zwei neue YouTube Abonnenten. Und ja. Jetzt geht's wieder zurück. War ein erfolgreicher Tag würde ich sagen. Ja.